Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute ist unser letzter Tag in der Türkei und wir haben uns nach Allah chapter aufgemacht und dachten uns, wir erkunden mal wieder die Stadt hier beziehungsweise zeigen sie und wir waren ja letztes Jahr schon hier und ja das Worte von heutigen Video lautet wir dürfen den Boden nicht berühren also sprich der Boden ist Lava und ja mal schauen wer die Challenge gewinnt und ich fang gleich mal an aber ich finde nichts. Der Boden ist Lava also ich halte euch auf dem Laufenden, bleibt dran. Leute der Boden ist Lava der Boden ist Lava wo seid ihr? Schaut mal die Katze an der ist so heiß die Arme Was ist denn los ey? Ich wollte vertrennen Der Boden ist Lava Also Leute jetzt müssen wir mal das Spiel ändern das geht nicht dass immer einer die Kamera hält Jetzt suchen wir mal einen Boden wo Lava ist Jetzt suchen wir mal einen Boden wo Lava ist Also Leute der Floor ist Lava Wir haben uns jetzt eine kurze Auszeit gegönnt Schaut euch mal einen leckeren Milchshake an sie hat Limonata und die Jungs haben gar nichts Ich warte auch mal essen Genau also wie gesagt wir machen einen kurzen Halse und dann geht es weiter an den Strand So Leute also wir haben jetzt zu Ende gegessen und was getrunken und jetzt fahren wir noch nach Cechme Ura hat einen Roller getrunken, der wird jetzt ein Bild da Jetzt frag du erstmal ob du dich drauf hocken darfst man Oh ja das ist richtig Frag du erstmal Komm doch her mach einfach einen Boden Gib her Gib die mal das Das schaut richtig cool aus Warte bis der Mann weg ist Wir wollen ja nicht den Boden raus Essen Boden ist Lava Hohohoho Mei seid ihr aber kreativ Warte Das richtig Ding Ich kann mal Hober ist Jetzt machen wir uns auf nach Cechme Zuhören uns ein schönes Plätzchen am Strand zum Chillen Und dann schauen wir mal was der Tag noch mit sich bringt Jetzt haben wir eh kein Auto fahren Frau am Steuer ungeheuer Der Boden ist Lava Du darfst dich nicht zu mir stellen Du darfst dich nicht zu mir stellen Der Boden ist Lava Du darfst dich nicht zu mir stellen Der Boden ist Lava Der Boden ist Lava Ich hab's selber nicht geschafft Das ist Lava Ich hab's verloren Also Leute ich hab verloren Ich hab's zwar selber gesagt Aber ich hab verloren Der Boden ist Lava! Es kippt, es kippt, es kippt! So, jetzt versuchen die Jungs hier auf die Balance zu schienen. Oh, super! Ich bin normal der Asker Oljak verschwindet. Oh, der ging ganz scharf daneben. Oh, jetzt habe ich Druck auf die Schulter. Jetzt muss ich meinen Opfer suchen. Ich habe voll die ruhige Hand, ich sollte eigentlich Doktor werden. Oh, der fliegt aber! Oh, schieß nicht, warte! Warte, ich will das auch nicht! Irgendwie... Alter! Irgendwie am Oruk! Warum? 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 Jetzt bin ich dabei! Jetzt hätte ich vielleicht schon Druck gehabt, hätte ich keinen getroffen. Aus Lava! Ah! 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 Wo bist du? Hier! Schaut mal auf mich aus! Aber ich habe es geschafft! Boah! Wir sind jetzt wieder zu Hause in unserer Villa angekommen und jetzt muss ich euch mal unsere Monsterbiene zeigen. Die chillt schon seit gestern hier! Was ist denn mit der falsch gelaufen? Die kann schon gar nicht mehr fliegen! Die ist so riesig! Wow! Sie kommt! Sie kommt! Die ist so riesig! Boah! Also du hast schon gepostet! Die ist so... Also die kommt in der Kamera nicht so riesig rüber, Leute! Aber die ist... Nein! Hello meine Lieben! Ich melde mich wieder zurück! Vorhin ist der Akku von der Kamera ausgegangen! Deswegen mussten wir unterbrechen! So! Mittlerweile! Schaut mal! Jetzt grillen wir schön! Genau! Haben wir uns wieder ans Essen gemacht! Heute grillen wir die... Und ihr wisst Bescheid! Der Boden ist Lava! Aaaaaaah! 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 Jetzt sag mal... Ich hab dich gepackt! Habt ihr mich gesehen? Habt ihr mich gesehen? Habt ihr mich gesehen? Habt ihr mich gesehen? Geil! Geil! Geil, Alter! Ich hab's jetzt auch nicht weit geschafft! Also, Leute! Jetzt gibt's Essen! Jetzt gibt's Mahlzeit! Jetzt gibt's Köpfe! Guten Appetit! So, meine Lieben! Das war's jetzt mit unserem ganzen Tag! Nach dem Essen hat es mit jedem... Und wir sind so schlapp! ...fertig gemacht! Ich hab noch eine Pack und Kellogg's gegessen! Also, eine Schüssel Kellogg's! Und ich bin einfach nur fertig! Ja! Wir legen uns jetzt mal ganz dezent schlafen! Bevor der Abend erstmal beginnt! Und dann schauen wir mal, was noch der Abend mit sich bringt! Genau! Wir hoffen, der Tag mit uns hat euch gefallen! Und wir fanden es genauso witzig wie wir! Wenn ja, dann lasst uns doch allen einen Daumen da! Ja, wir haben uns schon wie Affen angeschaut! Für alle, die neu auf unseren Kanal gestoßen sind, hier unten könnt ihr uns wie immer kostenlos abonnieren! Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal! Bis dann! Tschüss! 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 Tschüss!